Hi Mystery Freaks, ich bin's schon wieder und heute habe ich einen Vorfall für euch, in dem es um die Macht der Worte geht. Wie mächtig können Worte sein? Negative Worte, wie zum Beispiel Beleidigungen, können verletzend sein und sich sogar langfristig auf dein Gegenüber auswirken. Positive Worte können aufbauend wirken und die Laune heben. Wie verhält es sich jedoch, wenn Flüche oder Schwüre ausgesprochen werden? Sind diese so stark, dass sie den Tod überdauern können? Oder sind es lediglich die Legenden, die sich hartnäckig halten und die Zeit überleben? 1856, Südafrika, Parle. Heute ist die Stadt, mit ca. 75.000 Einwohnern, die größte Stadt in den Winelands und die zweitgrößte Stadt nach Kapstadt in Südafrika. Bei den Winelands handelt es sich, wie der Name schon verrät, um ein besonders großes und attraktives Weingebiet in Südafrika. 1717 wurde die Stadt gegründet und ihren Namen, Parle, hat sie von dem gleichnamigen Granitfelsen vor Ort, welcher nach einem Regenschauer in der Sonne glänzt wie eine Perle. Das Gebiet scheint fruchtbar und die Temperaturen sind, egal zu welcher Jahreszeit, recht hoch. So vermutlich auch an einem Tag im November des Jahres 1856. An diesem Morgen sollte das Todesurteil des vermeintlichen Mörders John Gephardt in Parle durchgeführt werden. Ihn erwartete der Tod durch Erhängen, dem Strick. Diese Strafe hielt man für angemessen, da er den französischen Pflanzer Pierre Villers ermordet haben soll. Dabei soll das älteste Motiv der Welt der Grund für den Mord gewesen sein. Habgier. Bei seiner Festnahme und auch während seines kurzen Aufenthalts im Gefängnis beteuerte der Angeklagte immer wieder seine Unschuld. Eine Aussage, die wohl viele Inhaftierte besonders kurz vor ihrer Exhumierung hervorbringen. Vermutlich hegte deshalb keiner auch nur den kleinsten Verdacht, der eventuell gegen seine Schuld sprechen würde. John Gephardt wurde vor das Gerüst des Galgens geführt und dort las man ihn erneut das Todesurteil vor. Anschließend gewährte man ihm noch ein paar letzte Worte, damit er sich zu dem Vorfall äußern konnte. An die umherstehenden Menschen gerichtet, sagte er kurz, aber bestimmt, ja, ich bin unschuldig. Dann richtete er sich mit seinen Worten an den anwesenden Pfarrer und sprach weiter, mein Vater, vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Meinen Körper könnt Ihr zerstören, jedoch nicht meine Seele. Nicht einmal meinen Körper werdet Ihr zurückbehalten können. Als er mit diesen Worten geendet hatte, stieg er gefasst die Stufen zum Galgen empor. Vor dem Strick angekommen, zog ihm der Henker eine schwarze Kapuze über den Kopf. Darunter wandte sich der Angeklagte erneut an die Menschenmenge und sprach, kein Grab und kein Sarg werden mich halten können, denn ich sterbe unschuldig. Dann brachte der Henker sein Werk zu Ende, indem er John Gephardt den Strick um den Hals legte und den Hebel für die Falltür betätigte. Der Tod traf schnell ein und schon bald gingen die Leute, ohne weiter an die kurz zuvor ausgesprochene Worte nachzudenken, ihrer Wege. Für den Direktor des Gefängnisses war der Fall damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Denn er wollte auf Nummer sicher gehen und das Grab, aber auch den Sarg vor eventueller Manipulation schützen. Er hatte nämlich die Vermutung, dass nun bekannte Familie oder Freunde des Toten den Worten durch entsprechende Handlungen Nachdruck verleihen wollten. Dies wollte er unbedingt schon von vornherein durch entsprechende Maßnahmen verhindern. Zwei Stunden nach der Hinrichtung, als John Gephardt auch amtlich offiziell als tot erklärt wurde, kümmerte sich der Direktor also persönlich um seine Bestattung. Der Tote wurde in einen Sarg gelegt, dessen Deckel zugenagelt und anschließend sogar noch rundherum mit Wachs versiegelt wurde. Dann wurde der Sarg unter Bewachung zum Gefängnisfriedhof gebracht und dort in einem geeigneten Loch verscharrt. Doch auch das reichte dem Direktor nicht vollends aus. Er ließ zusätzlich große Steine auf das zugeschüttete Grab legen und teilte Soldaten ein, welche das Grab rund um die Uhr für zwei Monate lang, andere Quellen sagen hier drei, bewachen sollten. Nach acht Wochen, andere Quellen sagen hier sechs, nahm der Fall dann eine überraschende Wendung. Man fand bei dem Knecht Peter Lawrence, im Übrigen der Hauptbelastungszeuge gegen Gephardt, die Geldbörse von Pierre Villers. Bei der anschließenden Untersuchung seiner Unterkunft fand man dann auch die Uhr und den Ring des Opfers. Nach einiger Zeit der Befragung gestand Lawrence dann schließlich, dass er für den Tod des Pflanzers verantwortlich war. Er, der wirkliche Mörder, wurde dann ebenfalls zum Tode durch den Strick verurteilt und das Urteil wurde zeitnah ausgeführt. Das beschädigte Ansehen des zu Unrecht beschuldigten Gephardt wollte man wiederherstellen. Dazu gehörte unter anderem auch die Richtigstellung in entsprechenden Dokumenten. Der damalige Governor der Kap-Provinz wollte jedoch nicht so lange warten und verfügte umgehend, dass das Grab von Gephardt auf geweihtem Boden umgelegt werden sollte. Dazu musste man selbstverständlich auch den Sarg mit den Überresten Bergen. Man öffnete das Grab also wieder und hob den Sarg heraus. Dabei fiel den Totengräbern auf, dass dieser seltsam leicht war. Die Versiegelung war intakt und auch die Nägel noch an Ort und Stelle. Dennoch öffnete man den Sarg, um auf Nummer sicher zu gehen. Alle warteten gespannt, bis auch der letzte Nagel mühsam aus dem Sarg gezogen war und sich der Deckel öffnete. Doch der Sarg war vollkommen leer. Natürlich waren die Arbeiter vor Ort entsprechend verblüfft. Keiner konnte eine logische Erklärung dafür finden. Denn nicht nur, dass das Siegel und auch die Nägel intakt waren, auch die Wachen, welche das Grab rund um die Uhr bewacht hatten, hätten eine Manipulation bemerken müssen. Doch diese schworen, dass etwas derartiges nicht vorgekommen war. Der Governor kam in Erklärungsnot und so veranlasste er, dass auch die umliegenden Gräber geöffnet und in allen Särgen nach den verlorenen Überresten gesucht werden sollte. Doch auch in diesen fand man, bis auf die entsprechenden Toten, keine weiteren Leichen. Die Jahre vergingen und auch nach einiger Zeit öffnete man immer wieder stichprobenartig Gräber auf dem Gefängnisfriedhof. Doch die verschwundene Leiche von John Gepard konnte nie gefunden werden. Ihm zu ehren und damit sein Schwur bzw. seine Geschichte nie vergessen wird, hat man einen großen schwarzen Marmorgrabstein im Reservoir rund um den Parle Mountain gesetzt. Darauf in Stein gemeißelt steht, zur Erinnerung an John Gepard, gesegnet, wer in Gott ruht. Schlussendlich geriet seine Geschichte dennoch in Vergessenheit. 100 Jahre später, also im Jahr 1956, entdeckte eine Gruppe Wanderer den verwilderten Grabstein wohl eher durch Zufall wieder. Daraufhin barg man den Grabstein und brachte ihn, wo er auch heute noch stehen soll, ins Museum von Parle. So weit, so gut. Doch die Geschichte hat einen Haken. Sie kann einfach nicht anhand von entsprechenden historischen Dokumenten belegt werden. Somit gibt es keinerlei Beweise für diese Geschichte. Zwar konnten tatsächlich die oder zumindest ähnliche Namen aus der eben wiedergegebenen Geschichte gefunden werden, doch die dazugehörigen Lebensgeschichten enden anders. Lediglich im Jahr 1822 soll ein Mann mit dem Namen John Wilhelm Louis Gepard in Südafrika gehängt worden sein, doch dieser hatte tatsächlich und auch nachweislich einen Mann umgebracht. Unter den Zeugen, die gegen ihn aussagten, befand sich ein Mann mit dem Namen Jacob Isaac de Villers. Der Zusammenhang der Namen mit der Legende wird nun sicherlich deutlich. Auch der Grabstein scheint gar nicht zu existieren. Im genannten Museum scheint er zumindest nicht ausgestellt. Erstmals tauchte genau diese Legende im Fade-Magazin von 1958 auf. Bill Whartons gab diese dort wieder. Es könnte sein, dass er die wahren Fakten etwas verdrehte, neue Ideen hinzufügte und schließlich alles miteinander vermischt hat. Entweder das oder er wusste etwas, was heute nicht mehr zugänglich ist und wir somit nie sicher erfahren werden. Meine persönliche Meinung zu dem Vorfall Die Geschichte ist interessant und birgt eine lehrreiche Moral, wie es oftmals bei Legenden üblich ist, keine Frage. Ich persönlich tue mich allerdings schwer damit, diese als Wahrheit zu akzeptieren, wenn es einfach keine entsprechenden Beweise gibt. Natürlich kann es sein, auch wenn diese Annahme äußerst unwahrscheinlich ist, dass die entsprechenden historischen Dokumente mittlerweile verschwunden sind oder vernichtet wurden. Wir gehen dennoch, wie immer, allen Betrachtungsweisen nach. Gesetzt dem Fall, diese Geschichte hat sich eben doch genauso zugetragen und es ist nichts Übernatürliches dafür verantwortlich. Dann wäre es fraglich, weshalb ein derart großer Aufwand betrieben wurde, um die Aussage des Beschuldigten zu untermauern. Vor allem nachdem der wahre Mörder noch gar nicht überführt war und auch gar nicht gewiss war, ob dies noch so kommen wird. Denn ich gehe mal davon aus, dass das Grab weit vor der Wiedereröffnung gelehrt wurde. Die Entfernung der Steine, der Nägel, des Siegels, das unbemerkte Entfernen einer Leiche, die Bestechung der Wachen. Sicherlich kann dies alles bewerkstelligt worden sein, aber unbemerkt? Wäre der wahre Mörder nie überführt worden, wäre alles sinnlos gewesen und wären sie erwischt worden, hätten sie, wer auch immer, ebenfalls mit Strafen rechnen müssen. Wer betreibt so einen Aufwand, wenn das Ende einfach ungewiss ist und man so viel dafür riskiert? Betrachtung der anderen Seite, wenn etwas Übernatürliches dahinter gesteckt hat. Wären diese Worte also allein für dieses Wunder verantwortlich gewesen, dann hat entweder Gott höchst selbst nachgeholfen oder diese schwurähnliche Aussage birgte eine besondere Art von Macht. Genauso soll es sich schließlich auch bei Flüchen verhalten. War dies vielleicht sogar am Ende eine Art Fluch? Bei einer übernatürlichen Annahme gibt es, im Gegensatz zur logischen Erläuterung, keine Grenzen. Hm, wie seht ihr das Ganze? Außergewöhnlicher Vorfall oder lediglich ein unterhaltsamer Betrug? Kanntet ihr die Geschichte schon? Mit diesen Fragen beende ich den Hörbericht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auf eure Antworten gespannt. Bis dahin, euer MF-Team. MF-Team-Mein coughing Amen.